Musik 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 Hä, was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab gar nicht... Hallo? Ja, what the fuck? Ja, wo bin ich denn jetzt? Ich würde gerne die Karte sehen, wo ich bin, wo der Stern ist. What the fuck? Oh, wow. Luigi, Luigi, Bowser, äh, Donkey Kong. Geschieht dir recht! Scheiße ist die. Ist richtig scheiße. Die sind alle scheiße, sind sie. Alle! Alle miteinander! Das fände ich auch wieder übelst nett. Ja, genau, du willst mich doch... Was kommt denn jetzt? Warum öffnet sich jetzt auf einmal Google Chrome? Schließen! Dankeschön. Danke. Yeah, auf einmal öffnet sich Google Chrome und irgendein Video von mir random startet, warum auch immer. Vor-Player-Minigame! Das ist scheiße. Da verliere ich immer. Denn ich mag das Spiel nicht. Denn es ist so scheiße! Bitte abonniert mich, damit ich eine Xbox One kaufen kann. Stuck! Ich wollte euch da rausschieben, Bitch, alter Bitch! Das geht ja anscheinend hier. In diesem tollen Spiel. Was auch überhaupt nicht verarschend ist. Hallo! Ich stand doch da! Ja, genau! Ja, genau! Jetzt wird schon lächerlich, wie der hier der Betrug. Lächerlich! Ja, warte! Oh mein Gott! Ein Gangtrip wieder. Macht Geräusche. Das geht nicht mehr, ne? Das geht überhaupt nicht. Donkey Kong übrigens, fick dich, dass du so eine Zauberlampe hast. Die dich direkt zum Stern bringt, du Hohenzahn! Ich hasse das Spiel jetzt schon, ich hasse es jetzt schon, ich hasse es! Noch nicht. Yay! Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ja, schön, Mario start! Äh... Wie komm ich da rüber? Ja, keine Ahnung, mir doch scheißegal. Ich hab eh nur ne zwei. Ja, jetzt wär mir zwei lieber gewesen, aber... Wenn ich auf das Fragezeichen-Feld komme und irgendwas passiert, damit ich vielleicht den Stern bekomme, den man kriegt als eigenes Stern. Gibt's das hier im Story-Modus? Ich weiß es nicht. Hoffentlich wird sie zu schlecht. Nein, hoffentlich wird sie nicht zu schlecht, dann... Dann kann sein, dass sie... Oh nein, bitte! Na, fick dich! Das hat sie extra gemacht! Das hat sie extra gemacht! Das hat sie extra gemacht! Damit sie da wieder hin kann, da wo der Stern ist, die Bitch ist scheiße! Geschlagen werden sollte sie... Denn alle Bitches sollten geschlagen werden, wenn sie es wollen! Aber sonst nicht, weil das wäre böse! Warum ist Donkey Kong dort? Startet das Roulette! Ja, genau! Ah, Fail! Fail! Versus 4-Player-Minigame! Activision! Pop-Up-Gebombe! WTF! Warum hab ich jetzt Activision gesagt? Einfach nur weil! Verbindest du drei gleiche Blöcke, lösen sie sich auf! Du kannst auch bei deinen Gegnern herumfuschen! Erzähler als erster 100 Punkte! Blöcke bewegen! Im Uhrzeigersinn drehen! Gegen den Uhrzeigersinn drehen! Kippen! Ja, gut! Also... Dr. Mario! Okay, das fand ich jetzt... Das sah witzig aus! Start! Äh... 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 Hm? Äh, drehen, drehen, drehen! Wie geht das? Fick dich! Ja, genau! Dreck! Ah! 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 Ah, gut! Ah, du Hohenzauern wieder! Ja, der dreckige... Cheater-Hohenzauern... Ficka... Spasti! Hallo! Kannst du dich mal verpissen! Warum Bomben? Warum Bomben? Was bringen die mir? Nichts! Oh, fuck! Äh... Äh... Hallo! Ja, genau! Du dreckiger... Lappen einfach! Nur was für ein Lappen hier! Hä? Noch alles zu Pietsch! Hey! Warum hast du nach rechts gemacht? Das habe ich nicht gemacht! Äh... Nein! Der macht immer das Zock, was ich nicht will! Nein, ich will Frebs nicht starten! Man muss es natürlich mit dem Steuerkreuz nicht spielen dürfen! Ey! Fick dich einfach! Nur weil ich den Scheiß nicht spielen kann! Weil ich mit dem... Analog sich solche Scheißteile nicht machen kann! So... Präzise... Ja, genau, du Hohensohn! Ich freue dich halt noch! Ja, genau, du... Dreckiger Lappen einfach! Nur weil man das nicht mit dem D-Pad spielen darf... Muss ich es verlieren, oder was? Spass... Spass... Ne! Ne! Ja! Mein Arsch! Mein Arsch! Ihr könnt euch verpießen gehen könnt ihr! WTF? Ja, los, los! Geh auch zum Start! Verpiss dich! Bekommst eine Strafe, du bekommst bestimmt... Tschüss! Tschüss! Jetzt ist der Hohensohn dritter! Oder war das schon vorher, Drecks? Donkey Kong! Oh, 2 gegen 2! Oh, 2 gegen 2! Und nicht mit Spass, die Donkey Kong! Klippenhänger! Klippenhänger! Ich weiß, wer hängen geblieben ist! Hier, Donkey Kong ist hängen geblieben! Fertig! Ich bin nicht hängen geblieben! Es nicht! Lass dich nicht fortwehen! Halte dich fest! Wenn der Wind und das Zittern stärker werden! Bewegen! Festhalten!